Hey Freunde, ja da bin ich wieder und lang ist es her, wo ich Condemned das letzte Mal gespielt habe. Ich muss mich jetzt erstmal hier etwas zurechtfinden. Ähm, ja hier ist auf jeden Fall Heilung, das ist schon mal sehr gut. Und, ach wir kamen von dort unten, glaube ich. Ja, 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 doch, 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 hier sind wir auch gestorben. Ah, jetzt, ja, jetzt habe ich mich wieder gefunden, alles klar. Wohin? Toten Vogel einsammeln. Und diese riesengroße Lutzstange mitnehmen. Ach, geht nicht. Ich würde gerne da mit jemandem verprügeln, mit so einer Lutzstange, mit so einer Zuckerstange. Das wäre es doch, oder? Ähm, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es mir viel zu ruhig ist? Wow, du hast eine Schrotflinte. Du hast eine verdammte Schrotflinte, die gleich in meinen Besitz wandert, Freundchen. Und was ist hier? Schockmomente? Schockmomente, wo seid ihr? Okay, sind nicht da. Wer braucht schon Schockmomente? Boah! Habt ihr euch erschrocken? Hehehehe. Das werdet ihr mir noch einzahlen, oder? Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Wo ist er? Ich sehe ihn. Er sieht mich nicht. Gib mir die Schrotflinte. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und. Hässliches Stück. Scheiße. Widerlich siehst du aus. Widerlich. Ich meine, was ist mit denen passiert, ey? Ist das Mikro richtig? Hallo, hallo? Okay. So. Ach, geht nicht kaputt. Stern über Bethlehem. Weiß mir den Weg zu den Leichen. So. Ja. Wir wechseln mal zum Schussmodus. Nicht zum Hau-Modus. Ich höre jemanden. Da atmet doch jemand. Da atmet doch jemand. Was ist das, Mann? Das kommt immer näher. Wo? Wow. Wow. Was? Was sollt ihr? Hey. Kommt ja nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Verdammt. Ach du Scheiße. Was schwindet hier? Was geht hier vor sich? Jetzt. Mach Platz. Scheiße. Was hat das zu bedeuten? Was? Was geht hier? Nach unten springen? Nein, das will ich noch nicht. Verdammte Scheiße. Diese verdammten Puppen. Oh mein Gott. Oh nein. Was zum... Was hat das zu... bedeuten? Hallo? Wer war das? Oh mein Gott. Was für ein kranker Schwein lebt hier seine Fantasien aus? Oh mein Gott. Zum nach unten springen? Nein, nein. Da unten will ich noch nicht hin. Aber da muss ich hin. Verdammt. Gut, dann gehen wir halt runter. Zum Teufel nochmal. Was? Schleifspuren auf dem Boden folgen. Okay. Gut, dann folgen wir mal den Schleifspuren. Aber ich gehe erstmal kurz dahin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Vielleicht sollte ich doch den richtigen Weg gehen. Denn jetzt habe ich mich verlaufen. Ich gehe mal kurz den richtigen Weg. Denn sonst... Ne. Wird das nicht gut enden hier. Das weiß ich doch. Da, da sind die Schleifspuren. Folgen. Einfach folgen. Nicht nach vorne gucken. Wow. Da erschreckt mich mein eigener Schatten. Frechheit. Da lasse ich ihn schon mal Schatten sein. Und er erschreckt mich. Ist in dieser Welt denn noch überhaupt jemand dankbar? Ja okay. Jetzt bin ich hier anscheinend falsch. Denn ich darf das Gerät nicht mehr benutzen. Dann gehe ich doch mal wieder zurück. Wlupp und folgen. Aber wohin führen die denn? Was zum... Aha. Es geht hier runter. Doch, doch, doch. Ist also doch richtig. Da hinten ist noch ein Raum, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Aber der führt mich dann nur wieder hier hin. Okay. Oh mein Gott. Ich fühle mich so beobachtet. Ich fühle mich verdammt nochmal beobachtet. Und das mag ich nicht. Deswegen hauen wir mal schnell ab aus dem Nebel hier. Und... hoffen auf Gegner, die die Stimmung hier etwas lockern. Ich brauche hier eine Axt. Hier brauche ich auch eine Axt. Verdammt. Jetzt müssen wir eine Axt suchen. Und die versteckt sich wahrscheinlich links. Hier hinten links. Ja. So, komm. Lauf jetzt. Meistens sind die Gegenstände ja nicht weit entfernt. Meistens. Da brauche ich auch eine Axt. Verdammt, oder? Hier brauche ich eine Axt, ne? Ja. Ach du Scheiße. Ich brauche eine Axt. Ich übersehe sie wahrscheinlich wieder. Genau wie diesen verdammten Vorschlaghammer. Axt, 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 Axt. Axt, ja. Ach Gott. Jetzt beginnt wieder die Suche nach der Axt. Axt. Was? Ne, ich dachte, ich habe da was gesehen. Tut mir leid. Ich glaube, die Axt ist... Bolzenbrett. Nein, 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 nein. Äh. Die geht auf. Oh mein Gott. Doch, hier muss irgendwo eine Axt sein. Ah! Oh mein Gott. Ich bin voll zurückgesprungen. Das kam voll verdammt unerwartet. Meine Fresse. Ich hoffe, du stirbst und bleibst tot, ey. Duh. Puppenarm, nee, den brauche ich nicht. Mein Gott, ich habe mich voll zurückgeschleudert. Aber gut, Puppenarm aufnehmen. Drei Schuss haben wir noch. Verdammt. Okay. Die hat die Stimmung auf jeden Fall gelockert. Aber die hat mir keine Hinweise gegeben, wo ich denn nun die Axt finden könnte. Die Axt. Wo bist du? Was ist das? Bolzenbrett. Ja, ja, ja. Bolzenbrett. Hier ist auch Bolzenbrett, ne? Ja, Bolzenbrett. Die Tür ist verschlossen. Verdammt. Die ist gar nicht. Doch, die ist offen. Oh mein Gott. Okay, hier ist... Ich behaupte mal ganz vorsichtig, dass hier niemand ist. Axt. Axt. Nein. Wo bin ich denn gegengelaufen? Ähm, ich kann auch jetzt... Ähm, Freunde, ich habe mich verlaufen. Axt, 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 Axt. Das ist ja auch jetzt blöd, ey. Schon der zweite Part hintereinander, in der wir... Irgend... Oder in der ich blöd rumsuche. Naja, müssen wir auch durch. Hier ist auf jeden Fall ein Metallstück, wie es aussieht. Und wo finde ich es nicht? Oder sehe ich es nicht? Hier? Metallstück? Metallstück. Oder habe ich es schon aufgehoben? Ignorieren. Wo? Ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Ich streng gerade meine Adleraugen an. Und versuche eine Axt zu finden, die ich einfach nicht... Wo zum Teufel ist sie? Mann. Das ist doch beschissen. Nein. Nein. Wahrscheinlich ist das wie bei Emero. Bei Penumbra. Wo ja... zigmal am Bolzenschneidegerät da vorbeigelaufen ist. Ach, ach, ach. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch tausendmal hier langgelaufen. Und... Ist einfach nicht gesehen. Mann, wozu eine Axt? Knall die einfach so auf hier. Geht das wirklich? Nein. Verdammt. Ich brauche keine Munition. Nur Weicheier brauchen Munition. Harte Kerle schießen ohne Munition. So. Na, Mann. Axt. Kann ich das Ding kaputt machen? Sieht nämlich so aus. Nö. Ja, hier. Werkzeug untersuchen. Alles klar. Alles klar. Na, ich würde mal sagen, wir machen dann weiter, wenn ich das Werkzeug gefunden habe, oder? Ich meine, das ist jetzt... Hm. Nee, sonst verpasst ihr irgendetwas. Och, das ist doch Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Mann, wo ist das... Gut, ähm, wir machen dann weiter, wenn ich das Gerät gefunden habe. Oder ich lasse es einfach die Aufnahme laufen und beschleunige den Part bis zur Axt. Zo. Ja, wo ist die Axt? Wahrscheinlich hat er mich jetzt wieder beschleunigt und hochgepitcht. La, 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 la. Hm. Hm. Verdammte Nahto. Nein, nein, nein. 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 Ha. Ich werde aggressiv. Ähm, hier ist nix. Ja, untersuchen. Was kann man untersuchen, Freundchen? Das ist doch die Schleifspuren. Aber ich brauche eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. Das ist der... Ich brauche eine Axtzone. Oh, yeah, yeah. Hoch kann ich auch nicht mehr. Weiß denn hier schon? Die ist hundertprozentig irgendwo hier. Irgendwo hier. Hm. Wo? Die ist verdammt nochmal irgendwo hier. Ich weiß es doch, ich rieche es. Daunter, nein. Hast du eine Axt? Puppenarm aufnehmen. Guck mal, hier, guck mal. Guck mal, ne. Na, komm doch nicht. Verdammt. Ja, das ist Heilung, aber die brauche ich jetzt nicht. Ja, Axt. Ey, warum bin ich jetzt echt so blöd und sehe die verdammte Axt nicht? Wo ist die Axt? Gebt mir die Axt. Hier ist auch nichts. Hoch kann ich auch nicht mehr. Na, wahrscheinlich habe ich das ganze Spiel jetzt irgendwie kaputt gemacht. Hab eine Axt vergessen. Das ist... Na, warum muss ich denn erzählt? Erzählt ihr mal was. Was habt ihr euch getrieben? Achso. Echt? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Okay. Die Axt ist hier hinter. Doch, ich weiß es jetzt. Nein, ist nicht da. Was ist das hier? Das kann ich auch nicht kaputt machen. Das ist ja noch schlimmer als mit dem Vorschlag. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Diese Tür ist auch verschlossen. Geht nicht auf. Axt ist nicht zu finden. Hey, was ist... Wenn ich hier irgendwie jetzt einen Bug habe... Oh, jetzt ist das schon, da steht jemand. Wenn ich jetzt echt einen Bug habe und ich nicht weiterkommen kann, weil mir irgendetwas fehlt, dann sag mir mal Bescheid. Weil sonst breche ich die Aufnahmen jetzt ab, denn... Denn das geht ja irgendwie nicht, ne? Ich muss eine Axt finden. Ich habe gar keine Lust mehr, was zu sagen. Ich streike. Dummes Spiel. Wo ist die Fett? Ja, und jetzt? Ah! Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Moment mal. Oh Gott! Okay, Freunde, ja, schreibt mir Hasskommentare. Gebt mir, gebt mir einfach Daumen nach unten. Macht mich fertig, denn das war ja jetzt verdammt peinlich. Oh, aber zum Glück habe ich es ja vorgespult. War da gerade jemand? Da kommt doch gerade etwas. Oh mein Gott, du. Na? Jetzt? Was zum... Oh mein Gott, du. Nö, 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 nö. Da! Oh! Oh! Boom! Kollege. War da gerade noch jemand? Hat er eine Axt gehabt? Nein, der hat keine Axt gehabt. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ich so voll, ne? Hm, hm. Peinlich. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter und, ähm, ne? Es ist nichts passiert. Nein. Ich höre da jemanden. Der lebt doch. Ja! Wuh! Blöd, Mann. Hier. Okay, ist nix. Wo ist die Axt? Das ist immer noch der Axt-Song haben will. Da liegt eine. Och, nein. Es geht dieser Spaß los. Oh, Gott. Wasser ist nie gut. Wasser ist nie gut. Wasser ist nie gut. Du lebst, Mann. Ja, kannst aber hochspringen. Und weit fliegen, Fräulein. Du lebst auch, du lebst auch, du lebst auch. Da ist ne... Ich hab immer Angst, dass hinter mir einer kommt. Und warum wird da alles grau? Und warum rennst du... Komm jetzt her! Ist er tot? Eins, Ram. Uah! Und warum? Was ist das für ein Geräusch hier? Was geht hier? Was ist das hier? Ich komme mir gerade vor wie so ein Gebetsraum, dass sie die Axt angebetet haben. Okay, da geht's auch jetzt weiter. Aber, Freunde, ich speichere hier mal kurz ab und, ähm... Versuch, die... Dieses Romgesuche zu verkraften und machen dann gleich weiter mit Condemned Criminal Origins. Und wie gut ich weiß. Okay... Wie gut sind unsere